Jetzt diese zehn Jahre aus der Rückschau betrachten. Also ich denke da sehr, sehr gerne dran zurück. Wir haben uns immer gefreut, wenn ein Auftritt anstand. Und es hat uns Spaß gemacht. Man kann sagen, allen dreien. Ja, und wie lange dauerte solch ein Auftritt in der Regel? Ja, oft zwei Stunden. Ja. Gut.